Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Estadio de Vallecas. Wolfus und Frank Buschmann heißen wieder mal ihre Kommentatoren und ich glaube, das verspricht hier eine klasse Partie zu werden. Rayo Vallecano gegen Hannover 96. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. 4-Checking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja und das beherrschen sie richtig gut, da haben sie genau die richtigen Spieler, da stimmt die Physis, das Spielverständnis, aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst, aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und so gehen es die Hannoveraner an. Schöne Stimmung hier, Buschi, macht einfach Spaß hier zu sein. Das ist schon klasse, dass wir solche Partien kommentieren dürfen, dass wir hier dabei sein dürfen. Wenn man sich hier oben mit den Kollegen unterhält, dann geht es allen so, das ist einfach begeisternd. Rayo Vallecano ist eine Mannschaft aus dem klassischen Fahrstuhlbereich, oder Buschi? Ja, glaube ich auch, Wolf, das ist zwar einer der härteren Begriffe, die es so im Fußball gibt, aber wenn du diesen Status erstmal hast, dann ist es schwierig, dem wieder loszuwerden. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Und er gewinnt den Zweikampf. Der Pass zurück zum Keeper. Suat Serda. Jung. Robin Koch. Mittelstädt. Suat Serda. Lukas Meccia. Jordan Turunoriga. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse! Freistoß, ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Arne Meyer. Das gibt die Abstoß. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Mario Suarez. Ballverlust. Ballverlust. Jordan Turunoriga. Jung. Ballverlust. Meccia macht das Tor. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. so adrien barba das sieht durchaus vielversprechend aus klasse pass portso kein guter abschluss jung robin koch jordan tourneriga mittelstädt naja jetzt müssen sie aufpassen energischer vorstoß marius suarez weg ist der ball mittelstädt arne meyer jung das zu spiel draußen auf dem flüge sebastian jung macht er gut ganz starke aktion vom torhüter da kommt die ecke da hätte mehr draus werden können sei gut aus da verlieren sie den ball mittelstädt robin koch jung arne meyer defensive ist gut organisiert da kommen sie nur schwer durch lucas mädchen muss ecke geben da waren sie noch dran muss ecke geben da waren sie noch dran ecke kommt rein jung jung mittelstädt robin koch arne meyer so hat serda die pässe jetzt der ball läuft gut sie verfallen nicht in hektik warten auf die lücke warten auf die chance dementsprechend die 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 fairer einsatz und er kommt an den ball bb sieht gefährlich aus jetzt gefährlich war's aber auch nur fast geht da rein guter schuss Das war's. Jordan Turunoriga, Mittelstädt. Wird das eine Torchance? Gute Aktion. Flanke geht ins Tor aus, keine gute Aktion. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Fast wäre er hier erfolgreich gewesen, aber eben nur fast. Ja, ja, ohne große Mühe, den Ball abgefangen. Jung. Arnemeier. Gefährlich. Und es gibt Abstoß. Trejo. Mario Suárez. Alvaro Gacía. Der Ballverlust. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Arnemeier. Jetzt wird's gefährlich. Jung. Die Möglichkeit zu flanken. Gut dazwischen gegangen, im eigenen Sechzehner. Trejo. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da bekommt er Unterstützung. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Trejo. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Suat Serda. Lukas Meja. Mittelstädt. Guter Ball nach draußen. Meja. Trejo. Nona Vincula. B.B. Super dazwischen gegangen. Jung. Suat Serda. Sieht vielversprechend aus. Den Ball kann erklären. Arnemeier. Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Er war noch dran, gibt Ecke. Er geht in den Strafraum. Da passt er auf und kann klären. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Suat Serda. Er kann ihn reinbringen. Da ist die Hereingabe. Sebastian Jung. Suat Serda. Arnemeier. Dafür fehlt er das Tor. Alex Moreno. Alvaro Garcia. Pozzo. Da kann er sich den Ball holen. Arnemeier. Da ist jetzt Platz. Macht er gut. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche. Aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Trejo. Mario Suárez. Sie haben Platz. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Da wäre Platz auf außen. Er schirmt den Ball ab. Nun hat Vincula. BB. Trejo. Bah. Pozzo. Alvaro Garcia. Mario Suárez. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe. Ballbesitz. Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Gut aufgepasst. Der hat die Flanke. Jung. Mittelstädt. Arnemeier. Suat Serdar. Jung. Jetzt müssen sie aufpassen. Trejo. Den Ball spielt er raus. Was macht er draus? Jetzt ist es gefährlich. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Lukas Meccia. Pass auf den Flügel. Arnemeier. Arnemeier. Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Marius Suárez. Trejo. Da verlieren sie den Ball. Alex Moreno. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Fängt diesen Ball ab. Guter Pass. Metja. Jetzt vielleicht. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Marius Suárez. Advincula. Klasse, wie er dahin geht. Gibt einen Wurf. B.B. Nun Advincula. Das gibt noch einen Einwurf. Velázquez. Marius Suárez. Und das ist der Ballverlust. Jung. Suat Serdar. Jordan Turunoriga. Mittelstädt. Jung. Suat Serdar. Arnemeier. Mittelstädt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitzfußball ist das Ergebnis von hartem Training. Tor. Pozzo. Alex Moreno. Wah. Marius Suárez. Pass auf außen. so langsam wird es gefährlich da setzte sich gut gegen mehrere gegenspieler durch wichtig dass er sich den ball holt das pressing jetzt es gibt abstoß da hätte mehr draus machen können jung super dazwischen gegangen sauber und fair vom ball getrennt hier lukas mit ja das ist noch gefährlich alles könnte was werden jetzt hereingabe jetzt da passt er auf und kann klären arne meyer jetzt ist platz für den konter jung die abwehr steht gut und sicher im moment ist da kein durchkommen kein guter pass weg ist aber meyer super gemacht vom torwart ecke kommt ins zentrum schöner einsatz wichtig dass sie da klären das gibt ein wurf da hat er platz jetzt die flanke so was die um kann er besser bei dem haus Sie verlieren den Ball. Jordan Turunoriga, Robin Koch, Suat Serdar. Jordan Turunoriga, Mittelstädt. Robin Koch, Suat Serdar. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Super gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Latte. So. 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 Ecke kommt in die Mitte. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko, da muss schon alles stimmen, das war hier nicht der Fall. Mittelstädt, Jordan Turunoriga. Rückpass hier zum Keeper. Jetzt der Ballverlust. Arne Meier. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Guter Vorstoß da jetzt. Da kann er klären, gut aufgepasst. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Der Ball kommt rein. Da können sie klären. Suat Serda, Jordan Turunoriga, Mittelstädt. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Was macht er draus? Klasse Vorstoß, dann klasse Pass. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Gute Aktion. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr ins Risiko geht. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte nochmal ins Risiko geht. Vielen Dank.